So, das Thema des Symposiums ist ja die endogene Seite der Ekstase und im gewissen Sinne vertrete ich auch eine Wissenschaft und das ist die Religionswissenschaft, die ist verhältnismäßig jung. Ich möchte einige Einsichten aus ihr mit einfließen lassen zu diesem Thema und auch Einsichten aus dem persönlichen Weg, meinem persönlichen Weg und den Weg, den wir hier gehen, auch in der Begleitung vieler Personen. Und es ist vielleicht jetzt nicht ganz so evidenzbasierend, aber trotzdem, es gibt einen bestimmten Eindruck, was in vielen von uns geschieht oder wie wir umgehen mit sogenannten psychischen, seelischen oder meditativen Erfahrungen und Williges oder Doris oder ich. Wir haben das mal gerechnet, also wir kommen manchmal auf die 500 bis 600 Einzelgespräche pro Monat, was immerhin eine Einsicht bietet, wo viele Menschen stehen und wir natürlich selber. Die erste Frage ist, wenn ich mich für mich interessiere, wie geht das? Wenn ich mich erforsche, wenn ich in mich hineinschaue, dann habe ich vermutlich nicht nur sprachlich schon mal mit zwei zu tun, mit dem ich und mich. Und all das ist für uns selbstverständlich. Wir gehen sofort in die Erforschung oder in das Schauen. Übergehen vielleicht, dass dieses im Bruchteil einer Sekunde zumindestens eine Spaltung hervorruft, weil wer schaut in was hinein? Wir konzentrieren uns auf das Geschaute, vergessen oder zumindest lassen außer Acht das oder denjenigen, der schaut. Sind mit ihm leicht identifiziert, merken es gar nicht, schauen auf das Geschaute und glauben, objektiv zu sein. Ich gehe bewusst darauf hin, weil das ist ein Leitmotiv für viele Selbstverbesserungsprogramme, zu denen nicht nur Therapeuten oder Therapien, sondern auch die Spiritualität sehr schnell mutieren kann. Und zwar deswegen, weil der Blick auf mich selber eigentlich nicht intentionsfrei ist. Ich gucke immer dahin und der Bezug ist der Punkt, aus dem ich schaue. Ach, das stimmt was nicht, das könnte doch so sein, das ist jetzt korrekt, meine Atmung heute Morgen war zu schnell, ich war wieder gedanklich weg. Wer sagt das immer? Es gibt nicht nur einen Unterschied zwischen ich und mich, sondern vielleicht sogar oft eine Art von Spaltung und wenn die Spaltung zu groß ist, nennen sie das fachlich eine Dissoziation und dann haben wir plötzlich eins oder mehrere Ichs. Und wenn das Ich, was schaut, beispielsweise zu kritisch ist, kann das Geschaute Ich kaum leben. Beziehungsweise das Ich, das schaut, hat oft zu dem Geschauten eben keine Verbindung, keinen Kontakt. Es spürte nicht, das ist gestern so gut und klar geworden. Man kann es bedenken, aber man kann es nicht wahrnehmen. Deswegen immer wieder und all diesen Bemühungen und all den Spaziergängen, auch geistigen, intellektuellen Spaziergängen zuvor, die große und wichtige Frage, wer bin ich? Und bitte nicht sofort nach Antworten suchen. Weil eben das Suchen nach Antworten diese Spaltung sofort produziert und wir gucken immer hinaus. Halten Sie einen Moment aus, stellen Sie die Frage und fallen Sie nicht auf billige Antworten rein. Das ist zumindest schon mal der Beginn der Meditation. Innerhalb der Erfahrungen, die wir machen, könnte man als Hypothese, als Beschreibung eine kleine Theorie aufbauen über das Ich. Und ich wage jetzt eine zu machen und behaupte, das Ich sei ein multidimensionales, Vergangenheit, Zukunft, Raum, Zeit, multikausales, Gedanken, Emotionen, Impulse von innen, außen, dynamisches System, psychosomatisches, dynamisches System zur Aufrechterhaltung einer stabilen Selbstreflexion. Nochmals, das Ich könnte sein, in der Beschreibung, das ist keine wissenschaftliche Definition, aber eine Arbeitsthese. Ein multidimensionales und multikausales psychosomatisches System zur Aufrechterhaltung einer Selbstreflexion. Anders gesagt, zur Aufrechterhaltung eines Ich-Gefühls. Warum? Wenn, das haben wir nicht kognitiv in der Erinnerung, aber vielleicht ist es vorstellbar, zumindest einige Arbeiten, vor allem in der analytischen Zeit, beschäftigen sich oft mit der frühen Kindheitsphase. Und es gibt aus meiner Perspektive eine sehr interessante, oder man kann sie so sehen, Übereinstimmung zwischen dem, was die Analytiker beschrieben haben und dem, was man archaisch in bestimmten religiösen Texten beschrieben hat. Und zwar, ein Baby, wenn es da liegt, aufgewacht nach dem Schlaf und es geht ihm gut und liegt da. Minuten, noch mehr Minuten und irgendwann mal wird es unruhig. Und es kann sein, dass das, was das Baby wahrnimmt, nicht zu verarbeiten sei für das Baby in diesem Moment. Das heißt, das Baby wird sich schützen. Und eine der Grundbewegungen, um sich zu schützen, ist, sich anzuspannen. Wir merken das oft, wenn wir kleine Kinder gehabt haben. Wenn ein Kind fällt oder sich Schmerz zufügt, dann geht es so sehr oft in die Anspannung, aufs Schreck, dass es nicht mal in der Lage ist zu schreien. Es läuft rot an, aber es schweigt und es zwei, drei, vier Sekunden später kommt der Schrei. Die Anspannung ist riesig. Das heißt, die Anspannung ist oft nicht immer vom Kind selber zu lösen. Eigentlich ist das dann die Aufgabe der Mutter oder des Vaters, der dann kommt und in einer sehr empathischen Nähe wieder für die Entspannung sorgt. Die Anspannung scheint aber einen sehr wichtigen Schutzmechanismus zu haben, weil die Anspannung selber die Wahrnehmungsfähigkeit runterfährt. Für das Unangenehme und Angenehme, leider. Sie fährt die Wahrnehmungsfähigkeit als solche runter. Und so die Theorie, in der Anspannung selber, die kann sehr stark sein oder minder stark sein, bildet sich so etwas wie das Unangenehme draußen. Und das Draußen ist dann auch irgendwann mal das Außerhalb. und die Möglichkeit zu sagen, dass innen irgendwann mal wird das innen zu einem Ich. Das heißt, auch in den Geisteswissenschaften kann man dann mit der Zeit nicht nur, wie heute Ihr Mediziner von Endogen spricht, sondern auch dann von innen außen Ich, nicht Ich, beziehungsweise exoterisch-esoterisch Blick nach innen, nach außen. Das aber setzt schon voraus, dass es eine gewisse Spaltung stattgefunden hat, des subjekthaften Ich-Blicke auf. Das heißt, in dem Moment, wo ich Ich sage, fand schon eine Identifikation mit ganz bestimmten Bereichen statt. Und diese Identifikation mit den Bereichen ist kulturell beispielsweise sehr abhängig. Da gibt es Berichte und auch gewisse kleinere Studien, zum Beispiel, wenn man Kleinkindern in bestimmten Kulturen die Aufgabe gibt, male dich selbst. Dann sind die Zeichnungen je nach Kultur gänzlich unterschiedlich. Man tut es bei uns, dann wird das Kind irgendwo einen Körper zeichnen. Je nach religiöse Entziehung fehlen dem Körper bestimmte Teile. Wenn man die Kinder beispielsweise in bestimmten anderen Völkern die gleiche Aufgabe gibt, so hat ein Mädchen zum Beispiel ihre ganze Umgebung gezeichnet und sagt, das alles bin ich. Wirklich? Ja, es tut mir sehr weh, wenn der Vogel umfällt. Und die Grenze ist fließend. Und die Bestimmung der Grenze scheint unter anderem ein kulturelles Ergebnis zu sein. Wir haben uns für eins entschlossen. Aber ob das die Grenze ist, nur weil sich alle daran halten, sei dahingestellt. Das heißt, dieses Konstrukt, genannt ich, ist eine dynamische, permanente Aufrechterhaltung, eine Stabilität. Eine Stabilität, aus der heraus ich immer wieder schauen und sagen kann, irgendwo ich bin. Und für diese Stabilität wird mein Blick, beziehungsweise um diese Stabilität aufrecht zu erhalten, wird mein Blick immer selektiv sein, ob ich es will oder nicht. Ich werde immer schauen, was passt, eben um die Stabilität nicht zu gefährden. Das Ich ist Selbstzweck. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, vor allem in spirituellen Kreisen, wo wir sehr salopp mit dem Ego umgehen. Man soll es loswerden oder so. Nur wer will wieder das Ego loswerden? Wer sagt das? Das heißt, es gibt da viele schöne und lustige Konzepte, die aber in der Praxis so nicht funktionieren. Und deswegen ist schon eine Präzision im Schauen und in der Wahrnehmung dessen, wie wir gestrickt sind, zumindest vom Vorteil, auch wenn man sich aufs Kissen setzt und nichts tun will. Weil das auch nämlich nicht so einfach ist. So gesehen, die zweite Behauptung ist, dass wir zunächst einmal nicht wirklich schauen können, weil das Ich Selbstzweck ist, um sich aufrecht zu erhalten. Und um das zu tun, um die Stabilität sich selber zu garantieren oder sich als stabil zu erweisen und so zu perpetuieren, werden wir immer, und jetzt kommt 50% oder 80% ihrer Arbeit, aufgrund der bestimmten Konditionierung immer das holen, wovon wir glauben, dass es uns hilft und das vermeiden, wovon wir glauben, dass es uns destabilisiert. Das ist wichtig, weil der Blick auf mich, ganz egal nach innen und nach außen, damit immer ein manipulativer Blick sein wird. Das Ich sorgt und vermutlich evolutionsmäßig gesehen, ist das das Beste, was es gibt. Das Komplizierteste, Komplexeste, aber auch das, was am besten funktioniert, um solch eine Stabilität in unendlich vielen Lebenslagen aufrechtzuerhalten. Das kann kein Tier. Kein anderes Lebewesen schafft es, in so vielen verschiedenen Situationen und Herausforderungen stabil zu bleiben. Wir schon oder viele von uns schon. Viele eben nicht und dann beginnen gewisse Probleme. Aber das Ziel scheint zu sein, diese Stabilität aufrechtzuerhalten. Und wie jemand auch letztens, ich weiß nicht mehr, behauptete, die Stabilität, die reflexive Stabilität scheint so wichtig zu sein, in der sogenannten Evolution, wo wir jetzt stehen, dass ihr alle anderen Stabilitäten untergeordnet werden, zum Beispiel eben auch das, was wir psychosomatische Erkrankungen nennen, das heißt, der Geist puffert seine Unfähigkeiten oder Gefahren durch den Körper. Lieber werde ich körperlich krank, als dass ich meine Reflexion aufs Spiel setze. Weil die wichtiger ist. So, wenn das, sage ich jetzt mal, natürliche oder sehr starke Tendenzen in uns sind, dann können wir aus dieser Perspektive heraus, oder aus dieser Definition des Ichs heraus, uns vielleicht annähern, nur an die Definition des Glücks. Wenn das Ich so ist und so gestrickt ist, dann ist das Glück die psychosomatische Reaktion auf Zustände oder Ereignisse, innen oder außen, die der Stabilität dienen. Sie merken auch, es ist möglich, das so zu beschreiben, vor allem deswegen, weil das Glück subjektiv ist. Was mich glücklich macht, macht Sie noch lange nicht glücklich. Das ist ziemlich leicht nachzuweisen. Auch wenn vermutlich bei vielen Untersuchungen, die schon laufen, dabei rauskommt, dass wenn wir beide glücklich sind, wir vermutlich die gleichen Moleküle oder die gleichen Systeme aktivieren oder die gleichen Hormone aktivieren, so ist trotzdem das, was es aktiviert, von Einzelfall zu Einzelfall gänzlich verschieden. Und so detailliert können wir gar nicht untersuchen, um da diese Landkarten zu machen. Wir können nur das Ergebnis untersuchen. Aber das, was mich glücklich macht, bleibt individuell. Als Beispiel, stellen Sie sich vor, ein Kunsthistoriker schlendert da durch irgendeinen Trödelmarkt, schaut plötzlich in die Ecke und merkt, mein Gott, dieses Bild ist irgendwie interessant. Und dann guckt er näher, mein Gott, dieser Spiel, Schatten, Licht und so weiter, das ist zu gut. Und er wirbt es aus Neugier, zahlt 100 Euro, geht nach Hause und untersucht weiter und hat irgendwo die Idee Caravaggio. Und bekommt auch irgendwann mal die Expertise, ja, das ist es. Der Mann ist total glücklich. Aber dieses Glücksgefühl ist gänzlich subjektiv, weil es seinen ganzen Lebensweg mit beinhaltet. Der Händler, wenn er denn entdecken würde, das ist ein Caravaggio, würde nicht so glücklich sein. Er ist jetzt nur neidisch auf den Kunsthistoriker, vermutlich wegen des Geldes. Aber nicht wegen der ganzen Entdeckung, was dieses bedeutet. So, das hat, haben wir gestern im Vortrag gut gehört, dieser ganze, dieser ganze Ablauf von Dopamin bis zum Morphin, um zu sagen, ist sehr individuell geprägt. Und das Glücksgefühl ist umso größer, je mehr es in mein Bild passt. Es ist wesentlich glücklicher für mich, wenn das Ergebnis oder das Element, das da kommt, mein Ich in seiner Struktur stabilisiert, als wenn es nur objektiv gut ist. Der gleiche Kunsthistoriker würde er von seiner Oma eine Million Euro geerbt bekommen haben, wäre nicht so glücklich, wenn er die Million für das Caravaggio bekommt. Weil Glück eben nicht stabilisierend ist. Und deswegen ist die Suche nach Glück kulturgeschichtlich von immenser Bedeutung. Viele großen, berühmten Werke, Aristoteles, nikomachische Ethik, sind tragend. Die sind so weit tragend, dass beispielsweise sogar in der Gründungskarte der Vereinigten Staaten das Recht und die Suche nach Glück mit verankert ist. Wir haben das Recht, glücklich zu sein. Als Nation, sagen die. Ohne natürlich Nähe zu definieren, was es ist. Uns reicht aber, um nur vielleicht die Landschaft ein bisschen zu positionieren, dass das Glück subjektiv ist. Und dann sich einstellt, eben, wenn ich eine Stabilität erfahre oder eine Zusatzhilfe innerhalb meiner Bemühungen, das Ich aufrecht zu erhalten. Wenn das so wäre oder so ist, dann ist die klassische Tätigkeit der Psychotherapie eine Tätigkeit, die zunächst einmal dem Ich im Aufbau seiner Struktur dient. Und das ist wichtig. Diese Tätigkeit war lange Jahrhunderte in dieser Form, wie wir sie vielleicht seit 100, 120 Jahren haben, so nicht möglich. Und zwar deswegen, weil das Ich zumindest in unserer monotheistischen Kultur, ich sage fast ganzer monotheistischen Kultur, kaum eine Rolle spielte. Und zwar, man sagte immer, das Ich, kann jeder merken, ist vergänglich. Und alles, was vergänglich ist, zählt nicht viel. Deswegen, was zählt, ist das, was ewig sein kann oder zumindest die Chance hat, in die Ewigkeit zu gelangen. Ob es eine Seele gibt oder nie sei dahingestellt, aber zumindest postulierte man für eine Seele, weil das die einzige Möglichkeit wäre, innerhalb der Vergänglichkeit etwas zu postulieren, was womöglich mit dem Chef in eine direkte Verbindung treten könnte. Die Pflege der Verbindung und die jeweiligen Verhaltensweisen, die diese Pflege der Verbindung aufrechterhalten könnten, nennt man Moral oder Ethik. Und die Kaste, die sich darum kümmerte, das sind die Priester, das sind die Schriftgelehrten oder die Mulas und so weiter. Und das Ganze lief unter dem Namen Seelsorge. Das Problem der Seelsorge ist bzw. war, dass sie, das Ich in seinen vielen alltäglichen Facetten völlig vernachlässigt hat. Und genau das ist der Punkt, an dem zunächst einmal viele Wissenschaften begonnen haben zu arbeiten, aber auch vor allem die Humanwissenschaften und letztendlich dann die Psychologie die mit der Zeit die Seelsorge nahezu heute ersetzt hat. Also, obwohl ein gewisses Vertrauen, heute lesen wir in den Zeitungen immer geringer, zu bestimmten Priestern noch da sein könnte, im seelischen Problemen gehen wir doch eher zu den oder jenigen Therapeuten nicht mehr zum Pfarrer. Unsere Omas hätten es noch gemacht, wir tun es nicht mehr oder eigentlich kaum mehr. Und die Psychotherapie basierend auf einer ganzen Menge, sie vertreten es sicherlich in der Menge von wegen Erkenntnissen, Schulen und so weiter, kümmert sich um die Verbindung zwischen verschiedensten Ich-Aktivitäten, Strukturen, Teilstrukturen, Facetten, dem Zustandekommen des Ganzen und der Stabilität des Ichs. Das Problem dabei ist nur, dass manchmal die andere Facette ein bisschen verloren gegangen ist und dass es auch dort zu einer Reduzierung wieder gekommen ist. Okay, wir haben das Ich verstanden, wenn wir glückliche Kindheit hätten oder zumindest eine gute Therapie, dann kriegen wir alles irgendwo hin. Trotzdem wissen wir, dass das Urgrundproblem die Vergänglichkeit beispielsweise nicht gelöst ist. Gäbe es die nicht, hätten wir eigentlich kein Problem. Könnte man sich durch und durch dich therapieren in den kommenden Jahrhunderten. Das ist kein Problem. Irgendwann mal würde ich es hinkriegen. Auf jeden Fall die Chance wäre groß. Aber wir sind vergänglich. Die Zeit ist knapp. Und ich muss entweder einen guten Therapeuten finden oder einen Guru finden oder irgendetwas finden, um rauszukommen aus dem Dilemma des Leidens beispielsweise. Und das Leiden ist die hauptsächliche Nebenwirkung der Tatsache, dass wir vergänglich sind. Zumindest in der Aufrechterhaltung der Ich-Struktur. Deswegen ist das Thema Glück, ist das Thema Therapie, aber auch das Thema Religion, zuweilen ähnlich, zuweilen, immer dann, wenn ich es aus meiner Ich-Struktur heraus zu seiner Stabilität benutze. Alles, absolut alles, meine Definition kann zur Religion werden, sobald ich es für meine Ich-Stabilität benutze. auch die Spiritualität. Weil dann reduziere ich sie auf ein Konzept, auf ein Gefühl, auf ein Erlebnis, auf eine Hoffnung, das, wenn ich lange genug übe dann, und so weiter und so fort. Egal wie. Aber ich habe wieder eine Karotte von meinem inneren Eselchen und nur die Tatsache, hinter der Karotte zu laufen, stabilisiert mich. Weil der Sinn der Karotten ist doch nicht, die Karotte zu essen. Der Sinn der Karotte ist, dass der Esel auf Trab bleibt. Und sehr schnell und sehr listig und sehr klug verwandelt unser Ich alles zu Karotten. Um auf Trab bleibend stabil zu sein. Verwechseln wir das bitte nicht mit dem Flow. Es ist ähnlich. Wir sind nämlich auf Trab und es fließt. Und 99% des Flows ist hinterher Traben, hinter Karotten. Machen wir uns bitte nichts vor. Auch auf dem Kissen, auch im Benediktushof. Deswegen ist es schon durchaus wichtig, beginnen zu schauen, was wir wirklich machen und warum. Aus welcher Motivation heraus. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen die Landschaft des Ichs. Nagen Sie mich bitte nicht auf Definitionen. Ich möchte es nur leicht beschreiben oder so ein bisschen anskizzieren. Die Landschaft des Glücks, die Landschaft der Therapie, die Landschaft der Religion, die Landschaft der Religion ist berühmt. Je mehr ein Du, umso mehr ein Ich. Ohne ein Du kein Ich. Es gibt viele ihrer Kollegen, die behaupten, das Baby zuerst sagt oder füllt ein Du und erst danktest Du ein Ich. Nicht umgekehrt. Und weil das Du, Mama, Papa, alles andere als stabil sind, haben wir alle erfahren, wissen wir alle, zahlen wir schweres Geld dafür, haben wir die monotheistischen Religionen mit der Zeit mit viel Schmerz um zu merken, nein, also die Götter sind es auch nicht und die Regengötter auch nicht und die Sonnengötter auch nicht, dass alles kommt und geht, nein, es muss etwas geben, was absolut universal, unbeweglich und sonst was ist, absolut. Und wenn ich daran glaube und je mehr ich daran glaube, je mehr mein Glaube daran eine Rolle spielt, umso instabiler bin ich eigentlich und das Ganze nennt man Fundamentalismus. Fundamentalismus. Fundamentalismus ist der Ausdruck innerer Instabilität. Mein Glaube ist so stark, muss so stark sein, weil sonst bin ich mir meiner nicht sicher. Also insofern ist Glaube eigentlich an sich schon keine großartige Ausdrucksweise der Stabilität und ein sehr starker Glaube schon gar nicht. Hoffnung desgleichen. Das heißt, Hoffnung in der Übung, Hoffnung in der Spiritualität basiert im Wesentlichen auf der Negierung dessen, was ist. Denn das, was ist, ist nicht gut genug. Ich hoffe, es wird besser. Das heißt, in der sogenannten spirituellen Ansatz, solange wir hoffen, sind wir immer daneben. Solange wir hoffen, sind wir daneben, weil wir immer das ablehnen, was ist. In der Hoffnung, es wird besser. Das heißt, wenn wir auch immer wieder innerhalb der Ich-Struktur uns aufs Kissen hinsetzen, in der Hoffnung, es wird besser, beginne ich die Übung schon mal völlig daneben, weil ich sie mit der Selbstablehnung beginne. Und ich kann mich duf und dusselig therapieren, beziehungsweise duf und dusselig sitzen. Ich bin schon immer gegen mich. Und wenn ich nicht aufpasse, perpetuiere ich das. Deswegen ist diese Übung sehr einfach, aber nicht simpel. So, die nächste Landschaft. Die nächste Landschaft, Ekstase. Aus meiner Wahrnehmung oder Perspektive hat die Ekstase schon eine gewisse Ähnlichkeit mit Glück. Aber unterscheidet sich diametral davon. Und zwar deswegen, weil sie nicht mehr ich-bezogen ist. Das heißt, es ist ein sich-wiederfinden in einem Zustand, der Willen oder Absicht nicht mehr steuerbar ist. Ich sage das so, weil Ekstase heutzutage eher positiv gesehen wird. Und ich würde sehr gerne die Ekstase auch auf Zustände erweitern. in der Kultur ist es oft so gewesen, die wir pathologisch betrachten. Zum Beispiel Epilepsie-Attacken, bestimmte psychotische Schizophrenie-Attacken können auch sind ekstatische. Ich bin aus meinem Ich und seinem Organisationsvermögen zunächst mal raus. Und ob es pathologisch ist oder nicht, misst sich unter anderem vermutlich auch daran, ob ich wieder zurückfinde. Und der Marktplatz innerhalb der sogenannten Spiritualität ist immer wieder die Rückkehr in die Ich-Struktur. Deswegen ist es von einer gewissen Wichtigkeit, dass die Ich-Struktur funktioniert. Deswegen ist es auch für uns im Haus ein ganz heikles Moment, wenn Menschen sich an die Meditation ranmachen, die ein Problem mit der Stabilität ihrer Selbstreflexion haben, sprich starke Borderline Persönlichkeiten sind beziehungsweise zu psychotischen Attacken neigen. Zum Beispiel. Die Frage ist nicht so sehr, wie Sie das Ich verlassen, die Frage ist nur, wie kommen Sie zurück. Und das haben wir nicht gelernt. und was ich weiß ist, dass die Kunst der Psychiatrie, so würde ich es nennen, jetzt mal diese Arbeit, die sich mit der grundreflektiven Ich-Struktur beschäftigt, mit dem Aufbau dieser, ist sehr mühsam. Und da bitten wir viele Personen, von dem Sitzen Abstand zu halten. Ich würde es tun, wie auch Professor Erscher sagte oder Götz vorher, aber das muss ein professionelles Setting sein, wo Vertreter ihrer Profession mit dabei sind. Das werden wir hier nicht machen wollen. Aber wichtig ist, in dem Begriff der Ekstase, die auch oft sehr angenehme Bereiche hat, und zwar deswegen, weil vermutlich in dem sogenannten ekstatischen Zustand die ganze reflexive Art und Mühe und Zeitversetztheit vor allem verschwindet. Das heißt, dass ich in dem unbewussten, halbbewussten und bewussten Aufrechterhaltungszyklus seiner selbst ist immer leicht zeitlich versetzt zu der sogenannten Realität. Eben, weil auch wenn es Minisekunden sind, aber das Nachdenken, das Bild erzeugen, das Reflektieren ist immer Nachdenken und nicht die Unmittelbarkeit. In einem ekstatischen Zustand, das kann auch Liebesgefühl sein, Orgasmus zum Beispiel, ähnliches mehr, nicht nur bestimmte andere Erfahrungen, die in Spiritualitäten beschrieben werden, fällt die reflektive Ebene weg. Und in dem Moment, wo die reflektive Ebene genannt Ich-Struktur wegfällt, fallen wir in die Unmittelbarkeit hinein. Weil aber die reflektive Ich-Ebene wegfällt, ist die Kiste nicht mehr steuerbar. Und je nachdem. Deswegen sind die sogenannten spirituellen Erlebnisse eben Nicht-Ich-Erlebnisse. Das Ich kann nicht erleuchtet werden. Das Ich nimmt auch nicht wahr. Das Ich in seiner reflexiven Struktur wertet bestimmte Erlebnisse aus, aber ist immer leichtzeitlich versetzt. Deswegen setzen fast alle kontemplativen beziehungsweise östlichen spirituellen Wege an dem Reflexionsverhältnis ein. Weil dort der Punkt ist, an dem wir in Einführungsstrichen etwas machen könnten, um eine Wirklichkeitserfahrung zu machen, wie sie ungefiltert ist. Und mehr ist zunächst einmal Spiritualität nicht. Das heißt, wenn wir jetzt uns aus dieser Perspektive an die Spiritualität ran machen, so ist Spiritualität im Unterschied zu Ich die Fähigkeit urteilslos inmitten von dem zu verweilen, was ist und so zunächst mal so wie es ist. Diese Beschreibung entbehrt des Ichs, weil Sie merken es ja beim Sitzen, wir können gar nicht urteilslos sitzen, weil wir Dank des Urteils sind. Das Ich urteilt nicht, das Ich ist Urteil. Und da gibt es, die ich vorher angedeutet habe, wunderbare Verbindung zwischen den Erkenntnissen, vor allem analytischer Schulen und beispielsweise der Schöpfungsgeschichte. Adam und Eva haben gegessen aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sprich aus dem Baum der Erkenntnis des Urteils. Indem ich urteile, bin ich, weil ich sage, ja, nein, gefällt mir, gefällt mir nicht, will ich, will ich nicht. Angenehm, unangenehm. Das Aufrechterhaltung, die Aufrechterhaltung dieser Maschinerie ist nicht eine Eigenschaft des Ichs, es ist die Ur-Ich-Tätigkeit. Deswegen ist der Fall aus dem Paradies die Entstehung des Ichs. Und die Erlösung ist nicht die Rückkehr, sondern die Karwoche und die sogenannte Kreuzigung des Ichs. Und dieser Weg ist wirklich nicht lustig, weil die Kreuzigung hat bestimmte unangenehme Schattenseiten, wie zum Beispiel, also jetzt auch ein bisschen biblisch beschrieben, wir sind jetzt mal hier im Amtland, jeder von uns hartet oft von Minute zu Minute mit der schön beschriebenen Situation im Garten Gethsemane. Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und das ist die Ur-Tätigkeit des Ichs. Den nicht, vielleicht den anderen, oder heute nicht, vielleicht morgen. Genau das ist das Ich. Was würde denn passieren, wenn wir sagen, okay, aber nicht dieses Is, also, macht nichts, weil ich es nicht wahrnehme, sondern, okay, ich nehme. Das heißt, die Haltung, die sich aus der sogenannten Spiritualität ergibt, ist die Haltung des völlig offenen, verletzbaren Hier- und Jetzt-Seins. Nicht ein Aushalten im und Jetzt. Das ist eine sehr große Gefahr, vor allem des Sehens, das in sich ein männlicher Weg ist, wo wir durch eine ganz bestimmte Disziplin, und viele Leute praktizieren es gut, ich war lange Zeit selber damit beschäftigt, unsere, vor allem, Ich-Erreiche-Es-Muster hervorragend zu perpetuieren. Man setzt sich hin, unbewusst, kommst du mit allen anderen den Panzerchen daran, und kannst dich davon nutzen. Du lässt nichts an dich ran, nichts auf dich ran, und Tage gehen, überhaupt kein Problem. Stößt auf, hast wieder was geleistet. Ich bin durch, ich habe es geschafft. Fünf Tage ohne. Und das wird auch so verkauft, ich erinnere, das ist nur eine lustige Anekdote, meine Frau hat mir einen Katalog gezeigt, Weihnachten, Geschenke für Männer. Ferrari fahren, wo auch immer runterspringen, irgendein Schnellboot und so weiter, zwölf Stunden soll sein üben. Ist in dem Katalog, mit einem abgebildeten Mönch können sie buchen, zwölf Stunden, 1200 Euro. Wir können alles zu einer Ich-Struktur pervertieren, ist überhaupt kein Problem. Deswegen ist die Haltung und das Risiko dieser Haltung wirklich heftig. Und so beten wir öfters mal pro Tag eigentlich ständig und das ist die Struktur, Herr, lass diesen Kirch an mir vorweilen und diese Frau auch und gib mir eine Nettere. Oder aber, Herr, dein Wille geschehe, immer wieder, wenn er mit meinem übereinstimmt. Und weil er es nicht tut und wir doch uns für unseren Willen entscheiden, haben wir ganze Religionen, Pilgerstätten. Das würde doch kein Mensch dahin pilgern, wenn er nicht den Schöpfer Gott um die Korrektur seiner Schöpfung bieten würde. Ja, gib mir doch mehr Gesundheit, tausch mir das, bisschen mehr Geld, bisschen weniger von dem, bisschen jenen und so weiter. Das ist doch der Urgrund aller Beschäftigungen, nicht nur der Religionen nach, sondern weil das nicht so strukturiert ist. Und wir kommen da nicht so raus, weil dieses Rauskommen eben die Gefahr hat der Dissoziation, der Entfernung, der Beobachtung. Das ist zwar der nette erste Schritt, wichtiger erste Schritt der Beobachtung, um überhaupt zu sehen, was da läuft. Nur die Gefahr, ich beobachte mich, sind wieder zwei. Wo ist die Einheit? Deswegen ist in der Beschreibung dieser vielen Wege und der Beschreibung des Glücks, des Ichs, einer möglichen Ekstase, der Beschreibung dessen, was Spiritualität ist, was Religion ist, was Therapie ist. In meiner Erfahrung sind das viele Facetten von einer großartigen Bewegung. Und ich hoffe sehr, dass wir langsam in einer Zeit sind, wo wir merken, was geschieht, immer mehr merken, was geschieht und uns den Luxus erlauben, immer genauer hinzuschauen. Und deswegen ist ein Teil, oder für mich persönlich, ein sehr wichtiger Teil der Spiritualität, den Wunsch zu haben, sich selber nichts vorzumachen. Nicht wieder zu glauben, das ist es jetzt, und Willi ist es so toll, und wenn ich hier bei ihm bleibe, drei Monate, dann wird alles anders. die Spiritualität ist nicht eine Immunologisierung gegen das, was ist. Im Gegenteil. Und deswegen ist die Arbeit beziehungsweise das behutsame Umgehen, was wiederum ein behutsames Kennenlernen von meiner persönlichen Ich-Struktur voraussetzt, überhaupt der Grund für viele von uns, sich an die Spiritualität heranzuwagen. Deswegen plädiere ich sehr für eine wesentlich umfangreichere, größere Zusammenarbeit zwischen den solchen Wissenschaften, allen voran, den sogenannten spirituell-theologisch-religiösen, wie vor allem den medizinischen, psychotherapeutischen. Weil es komplementär ist. Nur das eine wird zu kurz, nur das andere ist auch zu kurz. Und wir schaffen es nicht. Und es ist schon durchaus möglich, auch so genannt spirituell durch eine ganz bestimmte Übung oder in einem ganz bestimmten Moment wirklich in Zustände X zu gelangen und Erfahrungen Y zu machen. Auch die Erfahrung des völligen Nichts, das mir erlaubt, oft erst überhaupt gut da zu sein. Aber ich komme immer wieder in die Struktur zurück. Und wenn ich mich vorher mit meiner Frau nicht verstanden habe, dann werde ich mich nachher mit ihr wahrscheinlich auch nicht verstanden. Das ist die Erfahrung. Auch viele Leuchte, die große Erleuchtungen haben. Wir ersparen uns nicht. Wenn sie vorher geizig waren, gewinne eine Million, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nachher geizig sind, groß. Umgekehrt gesehen, wenn wir therapeutisch nicht merken, beziehungsweise auch im Umgang mit uns selber nicht merken, dass wir eigentlich ganz subtil an uns manipulieren, und das ist spirituell wunderbar. Wir sagen nicht manipulieren, sondern ein spiritueller Mensch heutzutage kommt da hin, sieht jemanden und sagt, ach, das fühlt sich mit dir nicht so stimmig an. Und es ist schon wieder Klatsch. Wer ist das Subjekt, das das sagt? Und wir züchten perfekt auch auf dem Kissen unsere Neurosen weiter. Wir verkleiden sie nur in bessere und schönere spirituelle Konzepte. Das ist nicht stimmig und jenes nicht und so weiter und so fort und hoffentlich. Und plötzlich sitzen wir wortwörtlich auf zwei Quadratmetern und die Spiritualität funktioniert zwischen dem Saal und dem Speisesaal. Im Mehrbettraum wird es schon schwierig, weil da schnarcht einer. Und so kultiviert sich die Struktur. Deswegen sind die Themen, die wir bearbeiten, die Themen, an denen sich die Mediziner und die Therapeuten von der einen Seite nähen und wir vielleicht von der anderen die gleichen. Und es besteht aus meiner oder unserer Erfahrung hier ein großes Interesse, um in diesem Austausch weiterhin zu bleiben und um das weiterhin zu erforschen. Auch wissend und immer wieder eine gute Supervision habend und deswegen ist klassischerweise sowohl bei euch als Therapeuten wie bei uns oft diese Schüler-Lehrer-Beziehung wie da eine Supervision und bei uns Schüler-Lehrer-Beziehung um sich immer wieder supervidieren zu lassen und zu gucken wo bin ich. Weil das Ich ist so listig, dass ich nicht merke, dass ich wieder auf dem Holzweg bin. Aber wir brauchen das Ich. Deswegen lasst uns bitte auch wenn wir üben hier nicht gegen das Ich. Lohnt sich nicht. Es ist völlig verlorene Zeit. Aber wir müssen auch gewahr sein, wenn wir nur innerhalb des Ichs, nur subtiler innerhalb des Ichs werden. Und so bleibt es eine Herausforderung sowohl das eine wie das andere zu praktizieren. Und was dabei rauskommt, gucken wir. Ich möchte noch zum Schluss etwas loswerden, weil das ist lange Jahre so meine Lieblingsanekdote gewesen zu diesem Bereich. Um auch vielleicht die wirkliche die wirkliche Nichtwissenheit Nichtwissenheit im positiven Sinne des Wortes zu betonen und dieses als Ob von uns. Auch von uns spirituellen sozusagen. Was ist Philosophie oder Theologie? Philosophie oder Theologie ist, wenn man in einem schwarzen Zimmer eine schwarze Katze sucht. Und was ist Psychologie? Psychologie ist, wenn man in einem schwarzen Zimmer eine schwarze Katze sucht, die es nicht. Und was ist Spiritualität? Spiritualität ist, wenn man in einem schwarzen Zimmer eine schwarze Katze sucht, die es nicht gibt und schreit, ich habe sie. Das ist, wenn man in einem schwarzen Zimmer will, wenn man in einem